So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und moin moin zusammen. Weiter geht es mit unserer unfassbar genialen Gewinnspielreise im Zuge unserer tollen Aktion. Ja, zeigt mal dein Schild. Genau, sehr schön. Kaufen Sie regional, wo wir ganz klar sagen wollen, schaut doch mal bei den Unternehmen vor Ort, was die so richtig cooles zu bieten haben. Es gibt nämlich mehr als nur so ein Internet. Ganz genau. So, und zwar geht unsere Reise heute in den Kaltenkirchen. Ich mach nochmal ein bisschen weiter. Mach das ruhig. Führt uns unsere Gewinnspielreise quasi nach da ungefähr hin. Um die Ecke ein. Da ist nämlich unser Nachbar und der hat ein richtig tolles Gewinnspiel. Genau, das Angelsport Moritz hat uns nämlich für unsere Gewinnspielreise ein Wobbler-Paket inklusive Snapback-Cap zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für diesen tollen Preis, den es jetzt zu gewinnen gibt. So sieht es aus. Wobbler-Paket der Marke Shimano. Da sind wir richtig stolz darüber, dass wir so ein tolles Gewinnspiel bei uns haben dürfen. Ja, Angelsport Moritz Nord in Kaltenkirchen ist Deutschlands größtes Angelsport-Fachgeschäft mit riesiger Auswahl. Das ist gigantisch auf über 5000 Quadratmeter mit Außenbereich und Testzeichen und großer Jagd- und Outdoor-Abteilung. Ganz genau. Eine Top-Beratung durch geschultes Fachpersonal, hammermäßige Preise, eine familiäre Atmosphäre. Das gehört natürlich beim Angelsport Moritz. Genau. Standardmäßig dazu. So sieht es aus. Also das ist wirklich das Einkaufserlebnis für Jäger und Sammler. Da wird man zum Kind, wo man runterkommen und entspannen kann. Ganz genau. Also ein richtig wunderschönes Hobby und auch DOS ist ein richtiger Nischenhändler mit einer unfassbar riesigen Auswahl. Und das Schöne ist natürlich, wenn man zack, das hat, dann wird man zum richtigen Mega-Angler-Fan. Das muss man ja wohl sagen. Definitiv. Also wer da nicht entspannen kann und die Route sozusagen auswerfen kann, dann weiß man es auch nicht. Halt mal ein bisschen tiefer, dann sieht man das Schilder auch im Hintergrund auf dem Monitor. So, ein Traum vielleicht. Leute, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, sagen nochmal herzlichen Dank, dass wir diesen tollen Preis verlosen dürfen und können und wünschen auf jeden Fall allen einen super schönen Tag und toi toi toi. Bis dann. Wir drücken die Daumen.